Hey Leute, willkommen zurück in der Zukunft, wo eher Vergangenheit, aber irgendwie eine neuere Vergangenheit und blech, wie auch immer. Wir sind hier im Haus von Marty, nebenbei bemerkt mein Name ist Echo und willkommen auf Lego LP, ja ich kann es vergessen, ach wie kann ich nur. Wir sind jetzt hier am Haus von Marty und haben jetzt mit George, also mit seinem Vater gesprochen, der mal wieder ein Spanner ist, wie im ersten Film. Aber er arbeitet für Citizen Brown, also er ist ein Befürworter für diese Brown-Geschichte und wie auch immer, ich habe schon in letzter Folge meine Meinung geäußert und habe gesagt, Etna steckt garantiert dahinter. Ich gehe mal stark davon aus, so Ungezieferlampe. Das stimmt. So, können wir denn vor der Tür, können wir irgendwas machen? Ach du. Okay, komm ich hinten rum? Ne, wenn ich jetzt aber noch mehr draufgehe, vor der Tür. Ein paar Regeln brechen. Oh. Ups, das habe ich jetzt versehen, ich versprung mir, egal. Ich werde jetzt hier mal nicht so viel Zeit ver... ...plempern? Gegensprecheranlage, kann ich hier was machen? Was ist das Problem, Citizen? Äh, alles ist perfekt jetzt. Wir sind, äh, wir sind gut. Wir sind jetzt gut. Wir sind jetzt gut, danke dir. Wie geht's dir? Ja, hat's vollgebracht. Können wir den... Nein, können wir nicht. Ich würde sagen, können wir irgendwie hinten in diesen Hintereingang da, diesen Garten-Eingang-Gedöns... ...Gedöns. So, jetzt müssen wir garantiert erstmal wieder zurück... ...fahren. Ne, ungezieferlampe? Ne. Elektroauto. Fahren wir doch erstmal wieder in die Stadt zurück? Und jetzt müssen wir erstmal sehen, ob wir irgendwie mit Lorraine sprechen können. Aber vorher möchte ich mal in diese eine Ecke da schauen. Ob eine da irgendwie noch rumhobt. Das muss... Oh, okay. Geht nicht. Hm. Na gut, dann quatschen wir einfach mal mit Lorraine und befragen sie mal wegen, ich sag mal, dem Alkoholproblem. Was sie wahrscheinlich hat, ich hoffe doch mal nicht. Mom? Hey, Morten? Na, oh, ach, die, 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 ne. Das lassen wir mal. Ach, Alter, jetzt können wir wieder so viele Fragen stellen. Ähm, das mit dem Flachmann, das versuchen wir erstmal später. Sagen wir erstmal, ähm, Mom, was weißt du über mich? Ich habe einen schlechten Tag, Mom. Kann ich dir ein paar Dinge fragen? Wir haben alle unsere Komponenten, Son. Was habe ich denn so gemacht? Ich, äh, habe meine Zeitgeschichte verloren. Was habe ich denn diese Woche gemacht? Na gut, Montag ist Junior-Brown-Brigade. Junior-what jetzt? Und Tuesday ist Model UN. Model UN? Mhm. Mhm. Du representierst Djibouti. On Wednesday, du beobrestehst du den Board Game Club auf der Reckstation. Okay, okay, ich habe genug gehört. Äh, ich bin Jennifer und Mia. Ich sah Jennifer früher heute. Oh, Jennifer, was eine Spunky-Gal. Are you two patching things up? Sie totalen mich auf. Well, ich bin nicht der Welt größte Dating-Expert, sehen wie ich den ersten Mann zu fallen, aus dem Skogen. Okay, but maybe she should spend a little less time with your microscopes and ant farms and a little more time tending to her needs. What kind of things is she passionate about Martin? What are her interests? I don't even know anymore. Scheiße bauen. You see? Äh, seit wann bin ich so spießig? Everyone is treating me like some sort of goody-two-shoes, Mom. They're just jealous, that you're such a perfect citizen of Hill Valley. Have I always been this way? Always been a perfect little son? Going on 18 years now. What about that time I said fire to the living room? Oh, but you only did that, so you could show us the fire retardant you made with your chemistry set. Heavy. Echt stark. Ehrlich, haben sie es mal so übersetzt, wie es früher war. Aber, dieser Running Gag mit diesem, ähm, mit dem Teppich, den er da angezündet hat. Stark. Okay, Mom, äh, was, wie ging es dir denn so? Warum bist du hier am Polis die Statue? Die Aufgabe. Äh. The cameras? Ähm, aha. Also sind da oben keine Kameras, schon mal gut zu wissen. I saw you talking to Biff about the Citizen Plus Program. Biff says I'd be a perfect candidate for it. I know Biff, and if that's what the Citizen Plus Program does to people, then you don't want any part of it. But Biff has been reformed. Look at him. He seems so happy now. So at peace with this town. What I wouldn't give. He's a total veg, Mom. Your father is always telling me, that I don't invest enough in the workings of our great citizen Brown. Maybe it's time for me to turn a new leaf and just go with the flow. Okay, just hold off for a bit, please. I don't want you doing anything rash. Das Problem ist ja, Biff hat ja keine Wahl. Er muss mehr oder weniger glücklich sein. Weil wenn er das nicht ist, beziehungsweise wenn er seine alte Art wieder anlegt, dann geht's ihm übel. Also durch irgendein, was war das, ein Chip-Implantat oder so. Sobald er irgendwie Stress machen will oder Scheiße bauen will, dann wird ihm kurz übel. Das ist richtig mies. Also wie gesagt, dem wird keine andere Wahl. Okay, okay, let's talk about something else. Alrighty, dear. Nach Dad fragen. So what's up with Dad? Ugh, indeed. What is up with him? That setup in his garage is pretty intense. That's not the word I'd use. More like creepy. I heard that. Oh man. Nach meinen anderen Fragen. I feel like I don't know anybody anymore. Well, Martin, that could be a sign you need to get out more. Hmm. Is there any way I could talk to Citizen Brown? Oh, you know how difficult that is, Martin. That great man spends so much time coming up with new rules and demerits that he barely has time to talk to us anymore. I guess that's the price we pay for a safe, happy city. So he doesn't see anyone? Not unless someone starts rolling up the demerits. He still takes a personal interest in those situations. Hmm. And of course you could talk to Mrs. Brown. Clara? No silly. Edna. Edna Strickland? Mm-hmm. Stimmt, eigentlich ist er... Was ist mit ihr denn eigentlich... Ach so, die Ereignisse sind ja dann nie passiert, denke ich mal, oder? Aber dann können wir eigentlich auch gar nicht hier sein. Das ist... Oh, das ist... Kompliziert. Ja, das wissen wir doch bereits, Mensch. Definitiv. Bing, Biff. Biff seems, uh, unusually mellow. Well, he should be. He just finished the Citizen Plus Program. So far, it looks like it's done him a world of good. You don't think he seems a bit off? I mean, he's so unbiff. Well, isn't that the point? You remember what he used to be like? He was an unholy terror. He wasn't that bad. Now, sure. But you should have seen him in high school. I, uh, I, I can imagine. Er hat ihn ja eigentlich gesehen, wenn man so will, wenn man nach den Filmen jedenfalls geht. Jennifer. What do you think of Jennifer, Mom? Well, she certainly looked like quite a handful, dear. I was really hoping some of her, uh, joie de vie would have rubbed off on you. What do you mean by that? Well, Martin, you can be a little uptight sometimes. Jeez, don't sugarcoat it, Mom. Well, maybe you needed to hear it. There's nothing wrong with having priorities in life. Just, maybe Jennifer should have been a little higher on your list. Yeah, she should. Well, you did buy that guitar. That's a step in the right direction. Women love musicians. Just keep practicing, I'm sure you'll get better. What are you talking about? I'm a great musician. That's the spirit. Das, das, das ist der, das ist das Richtige. So muss man rangehen. Okay, ich denke mal, der andere Marty, also praktisch der 1986er Marty, der Spießer Marty, der ist wahrscheinlich wirklich eine absolute Nulpe, was das Spielen angeht, aber der, der kann doch wirklich top spielen. Wegen Officer Parker. Jen's dad doesn't seem to like me very much. He's just a little stressed out, dear. Filling the crime-stomping shoes of his legendary father makes poor Danny Jr. a little twitchy. So I see. But he gets the job done. Between him and his father, Hill Valley's been as dry as the Sahara Desert for decades now. Unfortunately. Dry? Doc was right. We did overdo it. Das stimmt. Alright, alright, let's talk about something else. Alrighty, dear. Alrighty, dear. Wegen Hill Valley und seinen Regeln. Is it just me or does Hill Valley feel really strict today? Some might even call it stifling. But you didn't hear that from me. Nuh-nuh. Erzähl mir vorhin Azo-Gesetz. Was hieß denn das nochmal? Biff told me that he got in trouble for public displays of affection. Achso. Can you believe it? Sure, things got a little out of control back in the 60s with the free love and all. But now even holding hands will get you a verbal warning. Wait, so you can't even kiss? Can't even hug. It's barbaric. City Hall treats us like a bunch of children going to the movies. Okay, das hatten wir eben. Erzähl mir vorhin Schmuggelware. Biff was talking about all the contraband he used to keep. Do you know anything about that? What are you implying, Martin? Oh, oh. I'm not implying anything. I just want to know what kind of contraband might still be around. You know, so I can watch out for it. I like a good citizen. Well, I wouldn't know about such things, but people still smuggle Alkohol in from the next county. I heard the kids at school have been smuggling Xerox copies of Dungeons and Dragons. I bet you'd be into something like that, huh? I'll get back to you on that. Dungeons and Dragons. Uhuhuhu. Erzähl mir von Hunden. Is it true that Biff was responsible for getting dogs outlawed? I think that was all Edna's idea. She's always had a sore spot for dogs. Now, your father and I, we love dogs. You do? I didn't know that. How come we never had a dog? We had meant to get one to teach you children about responsibility, but by the time we had you, dogs had already been banned. Now, I don't think we'll ever have the chance to raise a puppy. Jeez, Mom, that could be the saddest thing I've ever heard. Oh, Mom of the Rain. Alright, alright, let's talk about something else. Alrighty, dear. Oh, man. Jetzt müssen wir diese Frage stellen. Ich hab so ein bisschen Bumble davor. Aber nach dem... Mom? Ähm, ich hab ne Frage. Mom, are you a... drinking again? Don't be silly, dear. Booze is illegal, you know. Yeah, Mom. It's just that Dad mentioned. Oh, oh. Why? I just can't get away from his prying eyes. Always spying. Always watching. You! You mind your own business, George! Now, Lorraine, this is for your own good. I know you're keeping a secret from me. It's mine to keep. Dad! Mom! Knock it off, you two! Now, you listen here, young man. This is an adult matter between your mother and me. Dad, I know, but your way isn't working. You gotta give her some space here. Huh? Where'd she go? Mom? Aha! I knew it! Hm. What is that in your hand? Rum? Gin? A wine cooler? For your information, it's brass cleaner. I have a job to do here, you know. Lorraine? No! Lorraine, I'm just trying to look out for you. So, you know the kind of trouble we can get into, where you're in the house, George! I wouldn't be so on edge, if you weren't suffocating me all the time! Is that an admission? An admission of how smothered I am by you? Ne, ich kann... Ne, ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass sie jetzt hier drinnen was versteckt hat. Okay. Dann anscheinend doch nicht. Dann sprechen wir sie einfach nochmal an. Hey, Mom! Mom, look, I'm on your side. If you've got a problem, I want to help, but this is a choice you've got to make yourself. Oh, look at you. You're such a sweet boy. I'm so glad you take after me rather than your father. What, Lorraine? What? Ugh! I can't live like this! Dad, you're not helping. Oh, but I disagree, Martin. It's important that I catch her in the axe so I can get it on tape. Once it's on tape, I can show her that she has a problem. That's ridiculous, Dad. You're acting like this is some kind of sting operation. Huh? Where'd she go? Mom? Aha! I knew it! There! What did you just hide? That was some sort of fruity liqueur! Oops, Likör. It's a spray bottle of simple orange for the cleaning I'm trying to do! Is that dieselbe Sprecherin wie... Wait a minute, can I see it? Mom? Ne, doch nicht. Das müssen wir erstmal beenden. Okay. Hmm. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass sie irgendwas in diesen Putzmitteln jetzt hier reingetan hat, aber... Gegensprechanlage, kann ich irgendwas machen? Was ist das Problem, Citizen? Ja, ich habe einen Double-Double-Animal-Style mit Fries und eine Diät... Das ist es. Es ist ein Emergency-Intercom für eine Reise. Ich brauche dich für einen SCR 300. Gebe deinen Demerit-Print, bevor du gehen. Kannst mich mal am Füße packen, Junge. Wie sollen wir sie denn bitte dazu bringen? Okay. Dann würde ich jetzt erst einmal zu Jennifer gehen. Vielleicht können wir mit ihr erstmal mehr anfangen, beziehungsweise dadurch, weil wir die Gitarre haben. Mit Lorraine weiß ich jetzt gerade noch nicht so genau, wie wir das machen sollen. Und wir müssen sie irgendwie dazu bringen. Sie hat wahrscheinlich wirklich... Wirklich irgendwas. Oh. Na toll, jetzt ist sie weg. Verdammt. Dabei wollte ich auch gerade sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, ob wir ein Lied vorspielen können. Aber... Ja, das wird tun in der nächsten Folge jetzt wahrscheinlich erstmal nichts. Aber trotzdem sage ich jetzt erst einmal, wir hören uns im nächsten Part wieder von Back to the Future The Game. Mein Name ist Echo und ich verabschiede mich von euch. Sage auch danke fürs Zusehen und... Fahrt mich bis auf den Auto und tschüssili.